Hallo Leute, herzlich willkommen zum weiteren Part Deezums 4, wir haben es beschrieben abgeschlossen, im letzten Part und weiter geht's in der extremen Hardcore-No-Money-Challenge, denn wir sind Zauberkünstler und weiter geht's. Äh, die vielartige Arbeit hat sich aufgezahlt, denn die Magie, äh, denn die Macht des Reichs, Magie, stieß nun durch die Arme von Sacha, verwende die Magie, äh, scheiße. Okay. Äh, klug und scheiße, ja. Hältig. Gut, äh, wobei, weitere Punkte können wir durch die Partikel nehmen, ich ja. So, so, so. Achso, wir müssen noch Dings auswählen. Äh, wechseln, bestreben. Wobei, Dueland müssten wir gar nicht mitnehmen, eigentlich. Stimmt. Ich kann neues gehen, eigentlich. Ich kann direkt ums gehen. Also, dann erfährt ich mit dem Bestreben. Das wusste ich gar nicht. Gar nicht im Überblick gehabt. Äh, so. Äh, hier. Hier wollte man rein. So. Zack. So, nehmen wir direkt, aber auch äh, ja, direkt den Trank zur Umskillung, wenn man mich lässt, weil es steht gerade mal wieder blöd in der Gegend rum, was mir nicht gefällt. Grace. Grace. Grace, Grace, Grace. Allerdings bitte immer hier, äh, nein, 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 hier trinken. Das hier muss gelungen. Dann Partikel abprobieren. Und, 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 und. Warte vom Geistwissen ins Gereinigt, kann jetzt auch noch Vorteile nehmen. Und warum wurde ich dadurch angeguckt? Verstehe ich nicht. So, nehmen wir das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, wegen der Umheit, dass wir nicht sterben können. Das hier, wegen hier, und das wegen da, und das wegen da. Dann nehmen wir das noch mit. Ah, ne, nicht, äh, funktionalen Funktionalität. Schelm oder Dings. Um 10, warum müssen wir mitnehmen? Eigentlich beides, aber gut. Nehmen wir das mal so. Zack. So. Nehmen beides mit. Oh, Dings ist da. Cool. Weiß die Namen nicht mehr, aber cool. So, 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 und, äh, 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 so. Und, äh, so, 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 und, äh, so. Auch so, haben wir eigentlich Duplikation schon gehabt hier? Können wir mal kurz machen. Warum nicht? So. Geil. Dirk heißt da. Dafür da war eigentlich Sterben. Befehlen zu kochen, Dul? Befehlen zu kämpfen? Geil! Ich wusste gar nicht, dass man das kann. Scheint verneu zu sein. Ja, dann kämpf mal bitte gegen Shingo. Los. Los. Wo ist Shingo? Das ist halt die Frage, die ich mich stelle. Und du kannst mal mit Simir und was machen. Weil wenn wir schon mal dabei sind und so, machen wir hier Scheiße. Überall. So. So, wo ist Shingo? Ist der Junge? Wo steckt der Typ? Wo ist der? Ah, ich hätte ihn in die Gruppe holen sollen. Wo ist mein Klon? Äh, mein Duplikat? Äh, das weiß ich nicht, wo ist. Ach, da ist es. Nein, ich habe keine Zeit zum plaudern. Ich kann später plaudern. Wobei, ich muss ihn noch in die Gruppe holen, ne? Ja, doch, muss ich. Äh, oh, nice, wir haben genug Punkte. 999, geil. Geil. So, nehmt mit. Hallo? Hallo? Ja, ich möchte die eine bitte in der Gruppe hinzufügen. Äh, 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 äh. Er suche mich jetzt. So, zack. Gut. Kann ich auch ein Schäden flirten und mit Sascha? Ach, hier ist das, okay. Ja, dann hätte ich doch vielleicht mit dir reden können. Egal. So. flirten, bitte hören, los aber gucken wir uns auch den Kampf an hier, an dem Duplikat gegen den Weisen, der einfach meint, mal ein Feuer zu löschen, also was denkt der, wer der ist so, wo ist hier befehlen zu kochen, nein, ich will gucken was anderes, ob man auch befehlen zu flirten kann, zu kämpfen, zu putzen, nö, scheint eher Sklaventechnisch zu sein, schade magisches Duell, Trank geben, Beziehung, Beziehung ansehen, andere sind es, wobei man kann ihn auch verkuppeln, ja, ich bin mein eigener Bruder, okay, null, Dirk Ramp, hau mich ab ansehen äh, Zauber, blöde, ne ich heute auf, äh, Familie Rakus wahrscheinlich, küsse mich nicht selber so, anders sind es, äh, kuppeln kann man nämlich auch so, Shingo wahrscheinlich, nein wir machen hier zu kochen, äh, schade kann ich nicht sagen, irgendwie soll äh, Dings, Befehlen zu flirten und so, das wär auch cool na anscheinend wohl nicht, ist egal so, ja, Klum verschwindet eh nach einer Zeit, ich wollte das halt einfach mal gemacht haben, hier wobei ich eigentlich nur, äh, nur Punkte haben will für noch ein Upgrade, aber egal, eigentlich oh, naja, körperchen hier knurbeln, so und, äh, du kriegst auch ne Betrugung, nein, Spaß so oh, Gamma ist auch hier, okay nein, hör auf gemeint zu sein, du Arsch hör doch auf, ey immer diese Scheiße, ey immer diese Kacke, die automatisch ist, gegen diese nicht machen kann, weil die Entwickler wollen was und na, der Spieler leidet einfach, unnötig einfach unnötig einfach unnötig, ich weiße ah, scheiße kann sein, dass sie's mitbekommen hat, die eine äh, schenk ihr mal einfach hier das Buch dann, äh, nimm mal hier Rega Verstand wobei, ne, nicht Rega Verstand, sondern gar nichts hör auf gemeint zu sein, ey ich kann nichts dagegen machen ich kann's nicht mal rechtzeitig passieren, was soll denn das schade wobei, die Senioren kann man die Fresse halten und weg sein wobei, was heißt weg sein, die kann man in, äh, die kann man in Dings aufgehen und so schade Ha, 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 ha ha, 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 ha schade wir sind nicht gelockt, wir nicht gelockt Oh, scheuß, sie ist hier noch. Natürlich ist sie hier. Da kann man mir nicht sagen, dass es... Ach so, sie ist nicht. Flirty. Und uns, cool. Habe ich, dass sie einfach so traurig war und nicht irgendwo bewegen. Ah, Grace kann es aber mitbekommen. Wobei jetzt, wo ich es gesagt habe, hat sie vielleicht, wobei... So. So. Andererseits... Ich reufe hier auch ab von dem eigentlichen Plan. Also, was nicht gut ist. So, kann man sich näher? Nee, ich möchte kurz... Also, erst kurz können wir noch hier leben. Schade. Das wäre auch cool, wenn wir es klappen. Oder so. Es ist nicht kalt. Ah, ich würde sagen, es reicht auch erstmal nur ein Geflirter. Weit eher. So, wir können dann hier ein bisschen die Freundschaft erhöhen. Nachdem wir mal die Dings gemacht haben... über Lotterie sehen von mir aus. Und die hier einsammeln. Und dann einmal hier bitte... Bitte Lotterie loskaufen. Ja. Ja. Gut. Ja, mach das nochmal. Ich hänge in erster Linie Gruppen Magic ab und verzeiht mit Sascha zu verbringen. Ich auch. So. Machen wir hier mal eine Parodie rein. Ich weiß gerade nicht, wen ich ausgewählt habe. Ist auch egal. So. So nice I got to hit it twice. So. So. Nachliebe und vorgefragen. So. Irgendwie haben wir ein bisschen. Äh. Von die Vorstellung. So. Wobei eigentlich mit Dürftlauf Clou sein, ja auch kein Problem mehr so. Kann man porten. Ja importen. Los. wobei eigentlich muss ich das hier jetzt da und auto ok von mir aus los potte dich mal rein ja ich weiß das muss man vielleicht dass jemand da kann man nicht mehr durch magie stehlen und schauen haben die wohl gefixt finde ich ansitze finde ich nicht so geil weil es halt um die kreative freiheit und auch dass du halt nicht jeden töten kannst weiter entweder die das löschen das ignoriert wird oder halt ja feuerlöchers feuer also sprengler sind dieses feuerlöschen das wird auch kacke mit denen wollte ich einfach von spontan umbringen konnte ich heute nicht gebraucht zusammen ein gerüchtern dass jeder der hunger hat sich nimmt dann so wie so egerott hier ja von mir aus ruf mich nicht anders eigentlich die antwort ruf mich nicht an denn du laberst doch ne scheiße naja sie zündet uns äh unseren tisch an das weil du mich fähigst ja hier war zwar meine schuld aber äh seine IA ist schuld aber egal wobei ne äh äh ähm nein ich weiß nicht ja hier es sei jetzt die fahrer aber wisst ihr das äh ich weiß ja alle töten oder was weiß ich ja hier auch äh naja sie haben sich nicht mit joe angelegt ja ne nur tino und äh ruf mich nicht aber das so zauberhaft konto haben wir dann alles hier noch nicht ganz weil ich mal wieder flirten musste egal ich schnapp das mal achso ne ich schnapp das nicht wie sie hier ist egal ich kanns nur ein bisschen mit ihr reden so oh Gott oh Gott oh Gott antrissen reden und dann einmal niggasche machen wobei erstmal entfernung machen dass er aufsteht entfernung ja magie zauber entfernung na magie na magie hey ich hab gehört dass du mich ja die ist cool du nicht allerdings du bist scheiße tina siehst zwar toll aus aber ist charakterlich ne null so so entfernung ähm na patou entfernung naja patou huu ja ja natürlich werd ich noch gedings soviel zum thema ich krieg seltener die scheiße ab also EA fahr ich dann auch nur wo sie nur können und wir machen das doch jetzt anders weil es geht mir um zeiger grad wir scheiden uns die 8000 einfach für die scheiße hier ruf wir scheiden uns die 8000 einfach für die scheiße hier ruf das seh ich halt nicht ein sogar geht duschen obwohl ich keinen bock drauf hab und da hab ich echt keinen bock drauf weil es reicht äh ja von mir aus nice achso ich dachte schon ich bin gestorben das man die EA ist in Ordnung außerdem wie gesagt bevor wir hier nicht fertig sind machen wir die bedürfnisse weg weil ich keinen bock drauf hab noch länger hier zu hängen und außerdem cheatet die EA auch also fickt euch eh außerdem gönnen wir uns jetzt Punkte weil mir das mit dem duschen so auf den geist geht und ich sag mal so es ist auch so unrealistisch also finde ich das halt gerechtfertigt dass wir uns jetzt äh 4000 Punkte holen so wir haben uns ja einiges verdient und ja wir können noch mehr verdienen aber hab ich keinen bock drauf weil bis dann geht er dann jetzt mal duschen wenn ich keinen bock drauf hab oder was und in real life würde ich es auch nicht handeln also weg damit aber auch nur weil ich halt in real life wirklich nicht so handeln würde weil wenn ich halt im Eimer bin so oder halt es mir nicht gut geht oder ähm ich äh hunger hab oder 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 es mir nicht in den Kram passt whatever ist mir scheißegal weil es meine entscheidung mal nicht duschen dann kann ich noch so stinken deswegen machen wir das jetzt auch tschüss so weg damit aber es wird doch das einzige Mal wir machen was das machen auch nur weil es mir so auf den Piss geht und weil es so unrealistisch ist auf mich jetzt bezogen weil ob andere Menschen so dämlich sind kann ich ja nicht sagen aber wenn es mir scheiße geht und ich äh geh nicht duschen ich warte bis es mir besser geht dann geh ich duschen das gibt wichtiger was für mich das geschahs duschen so 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 jetzt auf also so ich Du kannst auch mal hier mehr Dinge beibringen. Ach, das geht sogar so trotz Feuer? Okay. Ist nicht bereit, was? Was? Ich hab den höchsten Rahmen. Was soll ich denn? Scheiße, oder bin ich durch? Ah, nee, das ist einfach nur ein Anzeige-Bark. Geil. Fluchreinigung. Hab ich alles gelernt, oder was los? Weil wenn nicht, macht das keinen Sinn. Wir sind doch am höchsten Rahmen. Ach, wir haben hier noch was? Verdammt, zehn, zehnmal. Der andere Scheiß interessiert mich nicht. Also Funktionale interessieren mich nicht so sehr. Hier, gehört zum mächtigsten Magier in weit und breit. Soviel zum Thema, ich bin, muss noch aufsteigen. Ja, wir sind fertig, achso. Okay, cool. Ja, das macht Sinn. Okay, dann hab ich nichts zu sagen. Das hab ich nicht am Film gehabt. Aber gut, das interessiert mich auch gerade. Wobei, irgendwie, ich bock auf Simeon. Emilia küsste, ich weiß schon nicht wieso, aber irgendwie, ich bock drauf. Simeon war das ganz gut. Ich weiß nicht, wieso ich das hab, aber... Ist ja auch egal, so. Vielleicht gönne ich Simeon einfach mal was. Ausnahmsweise. Gönne ich jemanden was. Ich bock drauf hab, so. So, noch Simeon. Und, äh, dann haben wir dich auch noch auf Simeon, weil ich irgendwie Bock drauf hab. Keinahein warum, aber... Ja, ist auch ein korrekter Tut, so. Könnte ich uns einfach mal verdienen, so. So, zack. Äh, auf Simeon, genau. Los geht's. Los, los, los. Ganz halt vorbei. Warte mal, was ist die denn? Die gerade gehen will. Ah, verdammt, die gerade gehen. Aber ist wie cool. Leil, die leuchten in Augen, Skull. Und wir brauchen auch noch Simeon nur noch, also... Gut. Mal gucken. Mal gucken, dass wir hier weitermachen mit dem Ultimativen dritten Dings beizubringen. Und dann brauchen wir noch ein Zerbetrunken-Konzept von dir auch. So, und dann sind wir hoffentlich bald durch mit dem Scheiß. Zumut machen wir noch einen Kampf. So, wenn wir nicht durch sein sollen, aber ich glaube, sind wir. Also, wir kämpfen dann einfach so. Mach mal hin, dass ich war. Eine Fresse, ey. Darf ich warten auf nichts, oder was? Cool. Freut mich immer warten zu dürfen, auf... ...und dich ein Scheiß. Weil die am Essen ist, oder was? Oder was ist los? Das sollte egal sein, das ist Magie. Ne, das ist weil ihr eh dumm ist. Geht mal mit, mit denen wir rumknutschen jetzt. Warum auch mal mache ich das so lieber, aber... Weil... ...dass sie das machen, aber... ...macht das mal. Könnt euch. Nicht. Okay. Tja, schade. Übergangsruppe rein. So. So, was haben wir noch gelernt? Äh, er hat eine Freundin und Uppika-Vox, okay. So. So, dann. Edzuko Miura. Dir möchten wir kurz einmal ein Duell machen. So, Magisches Duell ein bisschen, Duell. Weil wir... Uns fehlt, glaube ich, ja noch einer, ne? Ein Funktionaler, deswegen machen wir es einfach mal kurz. Und dann haben wir doch alles, ne? Dann sind wir hier auch durch. Ja. Bis auf einen Zaubertransakt. Heißt also, zwei Duelle gewinnen und fertig ist. In der Theorie. Da kommst du her jetzt? Girl. Komm, wir machen müssen zwei Duelle. Wir müssen uns nicht mehr. Während wir... Du, ich hier mal. Äh, Magie. Träuel, sehe ich einen Scheiß, dankeschön. Oh, ich wollte ja nicht gespoilert werden. Oh, ich wollte ja nicht gespoilert werden. Ja, stimmt, gewonnen, geil. Heimkehrer, danke dir. Aber gib mir bitte das Rezept dazu. Also, das fehlen so. Also, nicht dazu, aber... Äh, Übergangsritual. Was ist jetzt, glaub ich, zur Heimkehrer? Ach, hier können wir auch noch was machen. Reproduktion und so. Na, was noch mal. Eigentlich mache ich das nie bei Uncode, aber... Äh, nee, wir sollen uns zuilieren, Girl. Noch ein letztes Mal. Nein, letztes Mal ein kleines Doe gegen dich. Boom. Achso, geht nicht. Okay. Dann möchte ich dir einen Trank geben, weißt du? Äh, hier, gib mal, äh, für immer, irgendwo kannst du sagen. So, okay, dann hier. Nein, sollst nicht mit der reden. Kannst mit der Knochen, ne, bitte hören, kannst du mal machen. Einfach als Dank. So, Dank, Anna. Knoodle. Wir sind eh, die Graut, oder? Allein, allein. Wir sind allein, du, 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 du. Aber es klappt doch super mit ihren Florten, sonst muss man manchmal sorgen. Oder super. Ja. Ich würde gerne mit. Ich würde gerne mit. Zuwendung, durch den E-Gweilusen. Sie geht nicht. Okay, doch. Schaden. Grace, hey. Nein. Wobei, wenn sie weg ist, kann Grace geflootet werden. Oder einfach. Grace, warte. Grace! Hol sie ein. Was? Okay, sie geht gar nicht nach Hause. Cool. Wie befürchtet. So. Grace. Ich warte noch aufs letzte Zaubertrank-Rezept. Weil wir brauchen noch eins, ne? Glaube ich. Oder? Ich glaube, wir brauchen noch eins, ne? Ja, mag er. Total. Ich mag alles, sonst, ja. Wobei, vielleicht muss ich das abgeladen. Kann sein. Ja, ist eben auch egal. Aber wir wollten, äh, hier noch gucken. Äh, äh, Zauberkern-Rezepte, äh, hier noch gucken. Äh, äh, Zauberkern-Rezepte, äh, ja. Ja, eins will noch, okay. So. Na gut, Zauberkern-Rezepte scheinen dir eigentlich beizubringen durch Duell, leider. Aber ist egal. Passt schon so. Wir brauchen noch ein bisschen, nach vorne. Oh, okay. So. So, dann Dünner auf die... ... ... ... ... ... ... ... ... so, wir müssen die Nummer austauschen lassen so, mal hier dann, erstmal einen Kurs erleben und dann passt das doch so, was machst du? Ruder, also oh, Teste Mächte können wir machen direkt aber bitte nicht verklicke, nur Teste Mächte Lies mit Grace dann können wir vielleicht das Zaubertrank-Konzept noch mitnehmen und ihn töten nur BITE töten muss man nicht unbedingt ja, stimmt, das wird dauern los, los, los Grace die kaputte Dusch und ich erwarten bei euch jawohl, so ist cool so ist gut also, ich muss hin auf Klo, also dann, keine Zugabe aber gut, ich hoffe, um nicht die Zeit zurückzulegen die sind nicht die Zeit zurückzulegen aber doch, was ist gut? schade kann ich hier abweichen? ne schade wir werden betrugen, aber ist ok so ist es heute da, da so dann 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 okay tschüss Grace so, danke dir Grace so einmal da und ohne Essen her zaubern so so kastig abweich macht dann gar nicht mal sehen so richtig krass hat doch Sky echt cool du 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 day ich stand hier nicht mal im sofa als recht und er wird einfach weggenommen haben wie können sie es wagen? wir gehen mal nika schon noch mal kurz dann wie? was willst du denn schon wieder? und du hast immer noch so wenig wie beim ersten mal wo es mir erzählt aus so geh mal schlafen so hi 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 wobei wir sind dann eigentlich ready juli glaub ja julia hat gewonnen ok mehr aus ah shit, ich hätte den feiertag nicht mitnehmen dürfen weil wenn wir gewonnen hätten dann wäre kacke gewesen gut dass julia gewonnen hat ach so normal noch money change ich muss auch demnächst wieder potz potz aufnehmen weil den bug den haben wir hoffentlich besiegt was mit dieser Sache und da können wir alles was wir können wollen ich glaube ja müsste eigentlich so sein aber das war's ich alles mal auf den schlaf jetzt reicht mir wir gehen nach hause im nächsten part und kümmern uns bis zum nächsten bis zum nächsten in